Der Mann am Steuer kennt sich aus mit Lenkrädern. Er ist der Mann fürs Feine. Am Lenkrad läuft alles zusammen. Hier bringt der Hersteller auf den Punkt, was ihn auszeichnet. Technik, Optik und Haptik müssen stimmen. Wer prüft, testet und fühlt, ob die Marke auch hält, was sie verspricht? Bernd Welsbacher und sein Team. Lenkratelemente aus verschiedenen Kunststoffen können beschädigt sein. Den Augen der QSW-Mitarbeiterin entgeht nichts. Auch der kleinste Kratzer wird gekennzeichnet. QSW, Qualitätsservice Welsbacher, ist ein junges dynamisches Unternehmen aus Aschaffenburg mit Quality Control Center in Stockstadt, Sindelfingen und Rumänien. Bernd Welsbacher ist gründlich, packt selbst mit an. Und das ist ein Novum in der Branche der Qualitätssicherer. Welsbacher und seine Mitarbeiter sind mobil. Dank einem speziell entwickelten Prüfkoffer. Was darin ist, verrät er nicht. Betriebsgeheimnis. Ansonsten ist er offen für Fragen und neue Herausforderungen. 2009 war die Krise, da haben wir unser Unternehmen gestattet, sehr erfolgreich. Und wir waren aber jetzt auch schon in anderen Branchen tätig, wo wir auch schon gut Fuß gefasst haben. Zum Beispiel in der Elektrobranche. Bevor Mitarbeiter elektrostatisch gefährdete Bauteile in die Hand nehmen, prüfen sie, ob sie selbst kleinste Strommengen abgeben könnten und entladen sich. Erst danach werden diese empfindlichen Bauteile überprüft und deren Leistung gemessen. Dies erfordert viel Fingerspitzengefühl und ein besonderes Know-how. Die Mitarbeiter von QSW werden regelmäßig geschult, arbeiten präzise, zuverlässig und schnell. Neben diesen speziellen ESD-Arbeitsplätzen bietet QSW eine auftragsabhängige Anzahl an Arbeitsplätzen, an denen ganz unterschiedliche Bauteile sortiert werden. Auch hier werden die gestellten Anforderungen bestens erfüllt, weil das Arbeitsklima stimmt. Die Kunden sind zufrieden. Wir arbeiten mit der Firma QSW zusammen, da sie zuverlässig sind, schnelle Reaktionszeiten gewährleisten. Firma Welsbacher, wenn ich anrufe, weiß ich, dass die Ordnung sauber gemacht wird. Und ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit QSW gemacht. Bernd Welsbacher weist seine Mitarbeiter genau ein. Sein wichtigstes Arbeitsmittel ist und bleibt das Telefon. Der Chef ist erreichbar, während seine Mitarbeiter sortieren, prüfen und auch mal flexen. Wichtig bei allen Nacharbeiten, eine gewissenhafte Dokumentation. Alleinstellungsmerkmale, Qualität und Service. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen, was auf unsere Kunden zugeht, flexibel ist, ein großes Spektrum hat, von der Mikroskopkontrolle bis zu schweren Metallarbeiten mit der Flex- oder Bohrmaschine. Die Automotive-Branche kennt Welsbacher wie das Innenleben eines Lamborghini-Getriebes. Auch hier prüfen Mitarbeiter mit verschiedenen Geräten. Um feinste Risse im Metall zu erkennen, braucht es eben ein Mikroskop. Insgesamt werden in einem Jahr drei bis vier Millionen Getriebebauteile überprüft. Welsbacher weiß, worauf es in seiner Branche ankommt. Es gibt eine Hotline, die ist immer erreichbar. Wir sind sehr flexibel, super zuverlässig und stehen jeden Tag unseren Mann, egal welche Herausforderung kommt. Bernd Welsbacher ist ein Qualitäts-Junkie. Oberste Priorität für den erfahrenen Qualitätsmanager ist die Produktqualität und ein auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse abgestimmtes Serviceangebot. Dazu zählen auch eine gut durchdachte Logistik, eigenverantwortlich handelnde Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Für verschiedene Kundenbauteile bietet QSW mit firmeneigenen Fahrzeugen einen Abhol- und Bringservice. Trotz mitunter hektischem Unternehmensalltag ist Welsbacher stets freundlich, behält die Ruhe und die Übersicht. Egal in welches seiner Fahrzeuge er gerade steigt. QSW ist ein kleines, aber feines Rad, das ein bisschen mit dafür sorgt, dass die großen Räder weiterlaufen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017